Musik 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 Der sich hier sehr gut eingefunden hat, der für mich zu den Top 3, wenn ich vielleicht sogar der beste Spieler der Liga ist Applaus Hat Aufgeboten Applaus 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 Stop Applaus Topspin den was der Leuer Giere angesetzt hat Kann sie von überall aus spielen Applaus Applaus 10 zu 2 Führung Ah, ich glaub den kann man dann bei einem Stand von 10 zu 2 auch mal und 1 dann So, eigentlich deutlich drüber gespielt. Schön bekannt. Das ist ganz stark gespielt. Selbst das im dritten Satz auch erwarten. Ja, ich... Aktuell schwierig vorzustellen, dass es anders laufen würde. Mit Blick auf das nächste Eins. Und eine 2-1-Führung. Das gilt genauso spannend und genauso sehr freue ich mich drauf, mal zu sehen, was die nächsten 3, 4, 5 Jahre für ihn noch bringen werden. So ein Fehler kann auch mal passieren. Das Tempo super platziert. Ganz weit macht er. 11 zu 4, 3 zu 0. Unser deutscher... Unser deutscher... Das ist das Tier 2, 5 Jahre für die nächste Person. Ich mach's mal richtig vor. Und das ist das Tier 2, 5 Jahr für die nächste Person. Dann haben wir noch ein Herz ausgelassen. Und das ist ja da. Und das gilt das Tier 2, 5 Jahre für die nächsten Mal. Und das ist ja da. Und das ist ja da.